Harald Kujat widerlegt bei Flavio von Witzleben die sieben Mythen des Ukraine-Krieges, beziehungsweise die sieben Mythen, die in unseren Mainstream-Medien sehr häufig erzählt werden. Ich weiß nicht, bis wann wir genau reagieren. Harald Kujat erzählt ja immer sehr interessante Sachen, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch sagen, wir legen gleich mal los, ohne weiter um den heißen Brei herumzureden. Sie waren nicht nur Generalinspektor der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, und damit ranghöchster Soldat der Bundeswehr und ranghöchster Soldat der NATO, sondern sie waren auch, dafür muss ich jetzt extra hier einmal in meine Notizen schauen, sie waren auch Vorsitzender des NATO-Russland-Rates, der Generalstabschef und Vorsitzender der NATO-Ukraine-Kommission, der Generalstabschefs. Also sie sind wirklich ein ausgewiesener Experte. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier heute zusammenfinden können und dieses Gespräch aufzeichnen können. Und ja, ich habe es gerade schon angesprochen, im Dezember letzten Jahres, vor knapp vier Monaten, haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und jetzt ist seitdem einiges passiert. Rund vier Monate später bildet der Krieg Metastasen. Er breitet sich immer weiter aus. Die Lage hat sich immer mehr zugespitzt. Ja, Herr Kujat, wie blicken Sie denn auf die aktuelle geopolitische Lage, vor allen Dingen im Ukraine-Krieg, wie gefährlich ist die Situation da unten? Das war klar, von Anfang an klar. Wenn die Situation sich tatsächlich zuspitzt, so wie Sie das eben formuliert haben, steigt natürlich die Gefahr, dass es tatsächlich zu einer weiteren Eskalation kommt. Ich habe immer gesagt, wenn wir liefern Waffen, wir unterstützen die Ukraine in ihrem Selbstverteidigungsrecht. Aber die Probleme der Ukraine sind eben nicht nur fehlende Waffen im Augenblick, fehlende Munition, zu wenig Munition, sondern die Ukraine hat auch erhebliche Personalprobleme. Also die ukrainischen Streitskräfte. Die Verluste sind tatsächlich enorm. Und die militärische Lage ist kritisch geworden. Das heißt, das Risiko, so habe ich es dann mal bezeichnet, dass den westlichen Waffen westliche Soldaten folgen, zumindest die Forderung erhoben wird, dass ihnen westliche Soldaten, da steigt natürlich, je schlechter, je schwieriger die Situation für die Ukraine wird. Und tatsächlich ist es auch so, dass der französische Präsident gesagt hat, das können wir nicht ausschließen. Es wäre, ich glaube, das versteht inzwischen jeder, eine große europäische Katastrophe, wenn das der Fall wäre. Aber die Frage ist dann, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Ukraine. Was sich jetzt abzeichnet ist, dass die Amerikaner sozusagen zum Disengagement übergehen, dass sie ihre Unterstützung der Ukraine zurückfahren. Das ist auch verständlich, denn ein amerikanischer Präsident im Präsidentschaftswahlkampf kann keinen Krieg im Hintergrund gebrauchen. Noch dazu ein Krieg, bei dem jeder weiß, dass er nicht mehr lange dauern wird, weil er für die Ukraine verloren geht. Deshalb ist diese Situation ja auch entstanden. Auch verschärft natürlich dadurch, dass der Kongress dieses Paket über 61 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Ukraine bisher nicht gebilligt hat. Und niemand weiß, ob er das billigen wird. Was die Situation, natürlich die Lage für die Ukraine dramatisch verschärft. Dass die Alternative dazu wäre, vergessen habe ich noch, das muss man der vollständige Teil auch erwähnen, das Risiko, dass der nächste Präsident Trump heißt, der gesagt hat, ich beende den Krieg innerhalb von 24 Stunden. Das ist natürlich auch da. Das spielt natürlich im Hintergrund eine große Rolle. Das bedeutet, dass die Europäer diesen Krieg für die Vereinigten Staaten weiterführen sollen, durch ihre finanzielle, wirtschaftliche und materielle Unterstützung weiterführen sollen. Das heißt, auch das, worüber wir schon vor einiger Zeit gesprochen haben, die Europäisierung dieses Krieges schreitet mit großen Schritten voran. Die Frage ist nur, sind die Europäer überhaupt in der Lage, die Vereinigten Staaten zu ersetzen? Nun, sie sind, so ist das abgesprochen worden, sie haben bilaterale Verträge, die meisten von ihnen jedenfalls schon, oder viele von ihnen jedenfalls schon, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, von denen weiß, hier ist die Niederlande, haben bilaterale Verträge mit der Ukraine geschlossen, in denen sie sich verpflichten, die Ukraine weiter wirtschaftlich, finanziell, auch militärisch zu unterstützen, und zwar für die nächsten zehn Jahre. Das ist natürlich eine so existenzielle Situation für Europa, die jetzt entsteht. Eine existenzielle Situation, in der die Vereinigten Staaten sich zurückziehen, die Europäer sozusagen in die Fußstapfen, in die viel zu großen Schuhe der Vereinigten Staaten eintreten. Denn die Vereinigten Staaten liefern ja nicht nur Geld an die Ukraine, liefern nicht nur Waffen an die Ukraine, sondern die Vereinigten Staaten, wissen wir, machen die Operationsplanung im Wesentlichen, sie haben die gemacht für die Offensive im letzten Jahr, übrigens in Deutschland, in einem entsprechenden Hauptquartier hier in Deutschland, und sie liefern Zieldaten, sie liefern Informationen. Ohne diese Unterstützung wären die Ukraine überhaupt nicht in der Lage, diesen Krieg weiterzuführen. Das reißt also, die Frage ist, worauf läuft das hinaus? Und das hatte ich Sie damals im Dezember auch schon im Interview gefragt. Und damals hatten Sie gesagt, Sie glauben nicht, dass die NATO, dass der Westen so weit gehen würde, eigene Truppen in dieses umkämpfte Gebiet zu schicken, in die Ukraine zu schicken. Würden Sie das jetzt vier Monate später immer noch so sagen, Herr Kujat? Naja, nachdem Präsident Macron diese Ankündigung gemacht hat, stehe ich natürlich nicht mehr zu meiner Aussage. Oder ich sage es so, ich muss sie variieren. Denn wenn Frankreich Truppen, französische Truppen, in die Ukraine schickt, dann sind das französische Truppen. Es sind keine NATO-Truppen. Denn, und die Frage, wenn es tatsächlich dann zu Kampfhandlungen käme, zwischen französischen Streitkräften und russischen Streitkräften, dies wäre nicht der Bündnisfall, also nach Artikel 5. Darüber sollte sich Frankreich auch im Klaren sein. Natürlich entsteht dann eine Situation, in der die Verbündeten Frankreich sagen würden, was tun wir jetzt? Können wir Frankreich da alleine lassen? Dann würde sich Frankreich im Krieg mit Russland befinden. So ist das, ja. Aber es ist nicht der Bündnis. Aber Russland würde wahrscheinlich kein französisches Territorium angreifen. Das muss man dazu sagen. Also Frankreich hat ja schon Soldaten für Ort. Und Thomas hat die Theorie geäußert, dass Frankreich Probleme haben wird, beziehungsweise die französische Regierung Probleme haben wird, die ganzen Zinksärge zu erklären, die sehr bald nach Frankreich kommen werden. Also, und dementsprechend jetzt ganz offiziell Truppen in die Ukraine sendet, um eben genau dies erklären zu können. Das muss man ganz deutlich sagen. Ich hoffe nach wie vor, dass dies ein Bluff ist. Dass das überhaupt nicht die, wir wissen ja auch in welchem Zustand die französischen Streitkräfte sind. Und ich habe größte Zweifel, dass die einen wesentlichen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine leisten könnten. Aber nach dem, was Präsident Macron gesagt hat, kann man das eben nicht mehr ausschließen. Aber wie gesagt, das ist nicht die NATO. Und der Bundeskanzler hat ja gerade in diesen Tagen noch einmal ganz deutlich gemacht, dass es unbedingt verhindert werden muss, dass NATO-Truppen, NATO-Truppen dann in der Ukraine zum Einsatz kommen und dass es damit zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt. Und ich hoffe, dass er bei diesem Wort bleibt. Dass dieses Wort hart ist und harte Politik bedeutet.